Alle Menschen auf der Welt sind mehr oder weniger gleich. Wir alle haben unsere Vorgeschichte und unsere Geheimnisse. Ich mache einen Film. Ich erzähle Veras Geschichte. Ihr Vater sitzt lebenslänglich im Gefängnis, beteuert seine Unschuld. Sie haben ihr ein Geständnis abgelegt und man hat nie ihre Leiche gefunden. Aber irgendwie ist die Geschichte merkwürdig. Was wäre, wenn Jakob Kall die Wahrheit sagt und unschuldig ist? Ist das jetzt irgendeine neue Theorie von dir? Suchst du nach einem alternativen Täter? Sie hatten noch ein paar andere Verdächtige, oder? Worauf wollen Sie hinaus? Emil Bachmann. Fass mich nicht an. Alle wussten, wie aggressiv der sein konnte. Ich würde gern mit ihm darüber reden, was er in diesen fehlenden Stunden gemacht hat. Irgendwo unter unseren Füßen ist sie begraben. Das fühlt sich falsch an. Welche Rolle spielte Ihre Mutter dabei? Wir haben den falschen Mann hinter Gitter gemacht. Es ist eine menschliche Schwäche, von der Wahrheit besessen zu sein. Als würde die Wahrheit überhaupt existieren. Intrigo Samaria. Demnächst im Kino.